Ja, mein Name ist Arne Buhr, Geschäftsführer von der BPM hier aus Hamburg. BPM ist ein Handels- und Systemhaus für professionelle Video- und Audio-Technik und wir veranstalten eine Open House. Heute und morgen erwarten wir ca. 120 Gäste und haben über 20 Aussteller hier an Bord, zum Beispiel Sony, Canon, Fujinon, Panasonic und viele, viele mehr. Ja, besonders freut uns, dass wir die wichtigen IBC-Neuheiten heute auch hier haben, so kurz nach der Messe. Allen voran die neue Sony FX9, die als Full-Frame-Kamera der quasi Nachfolger der FS7 ist und auf großes Interesse stößt, genauso wie die C500 Mark II, die wir auch da haben. Neben der S1H von Panasonic beispielsweise oder der neue Premista Full-Frame-Zoom. Ja, im Zubehörbereich haben wir heute auch den 1040er O'Connor-Kopf da, der neu auf der Messe vorgestellt wurde. Des Weiteren die Gemini 1x1 von Light Panels, aber auch beispielsweise die neue B-Mount-Akkuserie von Bebop. Des Weiteren haben wir auch NewTek heute zu Gast hier, wo wir einen großen Aufbau eines kompletten NDI-Workflows haben, hier auch schon in der Version 4.0. Ja, ich hoffe, ich konnte euch einen guten Eindruck vermitteln, was hier heute geboten wurde. Wer es leider nicht einrichten konnte, kommt einfach beim nächsten Mal vorbei. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017